Also an mir liegt es nicht. Herrschaft auf Komplizze, Thilo schränke ich mal an jetzt hier. Okay. Ich weiß noch nicht welche Waffe ich hier für die Bödemap nehmen soll. Keine Ahnung. Das Spiel könnte aber ganz gerne mal starten jetzt, ne? Bödem 2 Spiele, wieso gehen die alle raus? Das Herrschaft nicht so toll oder was? Domination. Domination. So, was nehme ich denn jetzt, ey? Ja, das ist eine Frage. Ich probiere es mal in der AK. Ich probiere es auch in der AK. Ich weiß es nicht, was gut ist. XM4. Immer. Joa, jetzt mal hin. Ich wäre jetzt soweit. Ich auch. Ja. Das ist wirklich. Ping ist auch sehr sehr toll. Sehr schön. Herrschaft. So. Das ist hier unser kritischer Punkt. Wir erobern Alpha. Sichert das Zielobjekt. Ich sitze auf A. Ich auch. Ich auch. Ich noch nicht. Blendgranate geboren. A gesichert. Wir kommen in die Führung. Symtexgranate. Der Freund hat B. Ja, das ist ganz schön. Aber wahrscheinlich. Hoffentlich. Hoffentlich. Am Ping. Oh, geile. Ja. Nein. Zieh doch ein bisschen nach links. Bravo wird gesichert. Ah, ist doch am Leggen hart. Aber kann ich nichts machen. Ich weiß es nicht. Wird doch nicht aber schon ganz schnell über. Oh. Der hat halt auf mich geschossen. B ist abgesichert. Ich hab B. Ich hab B. Nein. Da oben auf dem Stegdorf. Zwischen den Häusern. Bei B. Ich hab ihn getötet für dich. Ja. Ich brauch aber mehr Submonet. Oh nein. Jetzt bin ich tot. Wir verlieren B. Endlich mal ein paar Tests hier, ey. Wieso hat mir der andere nicht geholfen. Wieso hat mir der andere nicht geholfen. Ah, ist sie wieder schnell unterwegs hier. Ah, klapp die Bung, klapp die Bung. Kommen sie her. Von wo? Oh. Ah. Nein. Ah, dieser Leck. Dieser Ping, du. Hippah, hippah. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Die ist wieder hin, sie kommt. Ah, ich hab... Ich hab die Kartentaste gedrückt. Nee, Niesen ist verboten. Der ist der Leck. Ich mach die Gasmine scharf. Oh nein. Oh nein. Was? Nein! Das ist oben im Haus, Alter. Von einem Pen. Wir nehmen hier ein. Das lassen. Wieso hüpft der weg? B ist wieder in Gefahr, B ist wieder in Gefahr. Mayday, Mayday. Aber ich bin auch so heiß auf C. Feindlich ist Spanade. Ländgranate ist laut. Oh, das ist nicht gut. Hm. Hier ist mein Gold. Oh, von da hinten her. Gut, dass du sie leck. Gut, dass du sie leck. Nein! Ich komm nicht so gut weg. Alter, mein Ping, Alter. 200, ey. Oh, Jesus. Da ist aber noch einer. Da hat er eingesetzt. Da mit so einer Scheißen beim Spielen, ey. Scheißegal. Semtex ist scharf. Wir verlieren, ey. Wie, du nimmst du schon C ein? Äh, ne noch nicht. Da ist jetzt Gas im Durchgang. Ist schlecht. Effektiv verschossen. Das Profisystem vernichtet. Hä? Profisystem vernichtet. Hä? Das war nicht cool. Auch wenn wir ihn wegbegessen. Ah! Oh, ne, ne. Hm, 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 hm. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, ja, ja. EP, EP, EP. Nein, Gas! Einer hat mich erschrocken, Alter. Da gehts was schlecht. Ich hätte den Scheißhügel noch nicht gesehen. In diesem blöden Steinhaufen, ey. War vorgetan. Ja, getan. Sichert euch den Sieg. Und dann tut es gleich nochmal. Ländgranate ist raus. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Semtex-Kreis. Oh, warten wir schon bei C. Aber, ja. Einer hab ich mit Gas erwischt. Und einer sitzt oben bei B. Und guckt aus dem Fenster. Oh. Farb-Gas. So, erste Halbzeit haben wir gleich gewonnen. Ich meine, shit. Semtex-Granate. Semtex ist scharf. Jo, das war schon mal ganz gut. Kann man nicht beklagen. Auch wenn man irgendein guter Müll ist. Kommando. Ventexionageflugzeug ein. Ah. Hm. So war das. Seitenwechsel. Der will doch nur das Gold haben. Genau. Ja, das ist Gold. Ja. Mir reichen schon zwei, drei. Wunderbar. Wird schon dafür gerückt. Feindliche Fernlenkladung entdeckt. B, 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 B. Das ist egal. Oh. Entschuldigung. Leck und tot. Wir liegen in Führung. Splendgranate eingesetzt. Erobern B. Charlie ist abgerlich. Hat die mal ein Glas hingeschmissen? Also hier auch oder was? Rüben? Semtex-Granse. Entschuldigung. Bravo ist abgesichert. Muni? Kann man hier Muni mitnehmen? Ah, das ist ein Zombie-Map eigentlich. Alter. Achtung Scharfschütze. Oh. Oh. Als ich so lecken würde. Ländgranate geworfen. Hm. Was? Ach nichts. Wir verlieren B. Ich will mal glaube ich nach Haus irgendwo. Feindliches Spionageabwehrflugzeug im Anflug. C wird eingenommen. Wir verlieren C. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Sonners lassen. Oh, jemand schaß nicht. Feindlich hat Charlie eingenommen. A wird gesichert. Ja, er sitzt da und wartet einfach. Und dann leckt es einmal Hardcore und dann war es das wieder. Lagerbericht. Napalmangriff. Oh. 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 Nicht groß. An alle. Artillerie. Ich will nicht sterben. Oh. Gut. Wir verlieren Bravo. Platziere Gasmine. Artillerie. 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 Alle weg da. Das meine ich. B. B. Boah. Äh. Ich hab mal die Gasmine da entfernt. Ich hab mal die Gasmine da entfernt. Hat zwei mich erwischt. Too late. Oh. Ich bin einfach wieder oben im blöden Haus da. Der holt sich echt einmal die Pils, ne? Das ist immer noch der Sackrattel da. Ja. Ist abgesichert. Cent-Hex-Einsatz. Lendgranate ist raus. Feige dich. Nein. Wo kommt... Wo war der hier, verdammt? Was ist das wieder? Ich verstehe es nicht. Wer wagt es? Oh, Sniper wieder. Der sitzt doch immer oben in diesem blöden Fenster drin, ey. Hier ist man eigentlich dahin, ey. So, warte mal. Granatenwerfer. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Fuck. Ah, hinter mir. Ich glaub's nicht. Wir verlieren Charlie. Feind hat B eingeladen. Feind hat B eingeladen. Feindliches Spionageflugzeug im Mord. So. Oh, wer schießt? Ah, freund. Oh, hab ich endlich mal wieder eine gute Runde gehabt hier. Ne, 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 ne. Zwei weniger. Oh. Okay, zu fluggefreut. Alle Standorte gesichert. Ah, ist einer mal ein Gas reingestappt. Wir haben Arbeit erledigt. Mehrere feindliche Spionageflugzeugkontakte. So. Die Tour. Wo kommen die jetzt? Mehrere feindliche Spionageflugzeugkontakte. Hm. Boah, shit. Da hat er erstmal wieder gewartet, ey. Wir verlieren Bravo. Ländgranate geworfen. Feindlicher Spionageflugschrauber im Anflug. Das Minipanzierkontakte bericht. Na, da. Der war verkackt. Wir verlieren 10. Das Missionsziel ist zum Geist. Oh, Mann. Da sitzt einer, der ist nicht durchgegangen, ne? Oh, der ist ein Trophy-System. Wo schießt das? Trophy-System? Oh. Da haben wir eh gewonnen. Trotzdem. Rückrunde war jetzt nicht so gut. Ja, Ländgranate ist draußen. Wie immer. Rückrunde ist man hier immer Mist. Die erste Runde ist immer geil. Trophy-System vernichtet. Ländgranate eingesetzt. Sandhacks einsetzt. Hier irgendwo. Da bestimmt noch irgendeiner. Da! Ja, ja, ja. Zum Ende hin nochmal, ne? Zum Ende hin nochmal. So, Sieg! Oh! Erste Siegoption, ne? Mit Black und High Pink. Das bin ich. Ne, ne, bin ich nicht. Das bin ich nicht. Mach mal. Okay. Mal ein bisschen EP gekriegt. Wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Ah. Zum Feuer verblasst. Okay. So sieht die Statistik aus. Eigentlich eine ganz gute Quote für das zweite Spiel. Joa. Sind sie oder will? Reingehauen. Tschüss. Tschau.